Musik Musik Wahnsinn! Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen, das ist irgendwas vom Alter. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem durchziehen. Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Hallo, Herr Lehmann. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Viel Spaß. Noch 30 Minuten. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich wollte eigentlich einen Stehtisch machen, der nicht steht. Okay. Das ist dir gelungen, ne? Und das ist meine Interpretation dazu, ne? Okay. Viel Spaß, danke. Danke. Jemand, der von Weiden eingereist ist, die Viviane. Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Gut. Hast du da gut überstanden? Ja. Wirklich? Ja. Kannst du so schlafen oder? Relativ. Relativ, okay. Okay. Und auch hier alles China-Thema? Ja. Ja. Die Wunscher zu erkennen ist. Mhm. Und wo hast du jetzt die Ideen her? Ist das auch alles aus dem Kopf bestanden? Oder irgendwo? Man beschäftigt sich ja erstmal so mit dem Thema. Mhm. Und was noch so typisch ist. Ja. Gibt's da irgendwelche Skizzen, die man sich macht? Oder ist das das alles? Nee. Skizze gibt's schon. Ja. Na dann, ein bisschen weiter stören. Viel Spaß. Gibt's. 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 Erste Tag, wie Sie standen? Ja. Erste Tag, Alex? Warst du Frieden mit dir? Ja, schon. Kannst du schlafen, alles? Ja, es ging. Erschöpfung war ich. Also mehr vor Erschöpfung geschlafen als vor Freude. Genau. Sehr aufregend. Hast du dir so vorgestellt, dass es so ist? Ja, schon. Also ich war schon bei meinem Schaubinden dabei vor zwei Jahren. Und ich habe mir das schon zu ähnlich vorgestellt. Und es macht Spaß? Ja, es macht Spaß. Das ist ja die Hauptsache, ne? Genau. Dann viel Spaß. Dankeschön. Ja, es macht Spaß. Ja, es macht Spaß. Ja, es macht Spaß. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.